Bereit für den Kampf! Erwarte Befehle! Gebiet sichern! Befehl verstanden! Marschbefehl! Marschbefehl! Soll ich stehe außer Reichweite des Knochenturms? Erwarte euer Kommando! Einsatzbereit! Bereit für den Kampf! Oh, da kommt jetzt wieder ein großer Angriff! Gebiet sichern! Oh, die beiden will ich nicht im Nahkampf haben! Befehl verstanden! Sind auf Feinde gestoßen! Ja, da könnten wir Verluste erleiden. Vor allem aber auch durch die blöden Wandwächter. Erwarte euer Skbefehl! Augen offen halten! Oh, ich merke auch, ich habe zwei Kleriker verloren. Bleibt standhaft! Na, noch halten sie hier. Feinde gestoßen! Einsatzbereit! Gebiet sichern! Bin unterwegs! So, hier oben haben wir auch gut abgeschnitten, denke ich mal. Das heißt, wir können jetzt hier in Ruhe eine zweite Eisenindustrie aufziehen. Gebt das Zeichen! Gebiet sichern! Bin unterwegs! Die zwei sind Idioten. Schön zu wissen. Haut ab, lasst mich in Ruhe. Befehl verstanden! Okay, Nummer 1 dreht um, Nummer 2 auch. Befehl verstanden! Erwarte euer Kommando! Erwarte euer Kommando! Einsatzbereit! Erwarte euer Kommando! Erwarte euer Kommando! Befehl verstanden! Wir können uns... Marschbefehl! Mal um den Spinnfurtzitter rum kümmern... Befehl verstanden! Befehl verstanden! Können wir uns das hier machen... Können eine Biene noch errichten... Ärmel hoch und los! Wir können ein paar Kleriker ausbilden für hier unten... Und noch ein paar mehr Paladine dann... Dann gab nämlich schon wieder eine Angriffswelle... Erwarte Befehl verstanden! So, ihr zwei zurück zur Schule... Hm... Okay, das ist nur... Vorsicht! Sie sind hier! Die Käfer breiten sich aus... Achtung! Okay, gut, jetzt können wir theoretisch mal das Upgrade machen... Neue Fähigkeit verfügbar! Zurück mit euch! Verstärkt die Verteidigung! Sind auf Feinde gestoßen! Oh neuer Wunder wollen! Ach, der Metallist ist noch nicht tot! Vorsicht! Oh, der war ein Unmagier! Interessant! Bereit für den Kampf! Einsatzbereit! Gebiet sichern! Sie schlagen zu! Gebiet sichern! So... Bleibt standhaft! Oh, das heißt, wir haben das doch... Sie schlagen zu! Sie schlagen zu! Bleibt standhaft! Jawohl! Alles klar! Feindkontakt! Ja, wir haben Paladine wieder verloren... Also ja, wir können uns erst mal hier durch das direkte Lager... Weil da kommt die... So wie es aussieht, die heftigeren Angriffe her... Verstärkt die Verteidigung! Sind auf Feinde gestoßen! Na ja, das Lager hier oben, da brauchen wir nichts mehr befürchten! Wir können noch die beiden Knochentürme abreißen und dann später hier Verteidigungen errichten! Weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass der... Erwarte Befehle! Gegner... Bereit für den Kampf! Bereit für den Kampf! Rausströlen! Bin unterwegs! Ausströlen! Vier und zwei... Ja! Und alles gleich... Und den Winken gleich nach da unten setzen! Na gut, hier haben wir jetzt scheinbar wirklich Ruhe! Worüber ich froh bin! Und ja, natürlich... Erwarte Befehle! Erwarte euer Kommando! Ressourcen für den... Greif sammeln, die können wir dann auch gut gebrauchen! Ich muss jetzt grad ernsthaft überlegen... In, äh... Order of Dawn haben wir ziemlich viel mit Menschen gespielt, weil... Menschen einfachste Rasse und Startrasse waren! In Breath of Winter... Wie oft hatten wir da Menschen? Ah... Wir hatten viel Zwerge, wir hatten Orks und Dunkelelfen! Einmal hatten wir Menschen! Nämlich da, wo wir durch die Finsterwehr durch mussten! Ja! Wo uns die... Bereit! Die Dunkelelfen... Im Weg standen, also das Rote Imperium ständig belagert hat und wir keine Ressourcen hatten und so weiter... Erwarte Befehle! Befehl verstanden! Also ja, das Gute ist, ich kann die beiden Türme auf Entfernung... ...platt machen... Also wir warten jetzt noch bis unser... ...Titan fertig ist... Einsatzbereit! Bin unterwegs! Wahrscheinlich kommt bis dahin nochmal ein Angriff... Was habe ich gesagt? Wir sehen eigentlich unsere Aria-Vorräte ziemlich schlecht aus... Deswegen haben wir auch keine Aria-intensiven Einheiten gebaut... Na gut, so stressig wie es am Anfang war, so gut lief es jetzt dann... Zwei Nahrungsmittel-Dinger haben wir noch, die wir machen können... ... Weiß ich aber nicht, wie sehr wir die brauchen... ...neue Fähigkeit verfügbar... ...wir sind bereit! Sind bereits in der Luft! Hierin, schenke uns günstigen Wind! Sind auf Feinde gestoßen! Die schlagen zu! Gut. Der Angriff ist zurückgeschlagen. Wir können speichern. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.